Freunde, was geht ab? Ihr wisst es ganz genau, vor einigen Jahren, ja, traurigerweise, vor einigen Jahren, ja, Allah, wie schnell geht die Zeit? Naja, der Rapper Mero ist mittlerweile schon seit einigen Jahren auf dem Rap-Business-Film hängen geblieben und ist natürlich ein etablierter Rapper geworden. Angefangen hat er natürlich bei Katar erstens, am Anfang erstmal mit Instagram-Videos, mittlerweile ist er jetzt schon bei 4K-Videos angelangt, also er hat sich auf jeden Fall hochgearbeitet, würde ich mal so sagen, meine lieben Freunde, ja Hatar ist natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Talenten und es gibt natürlich wieder ein neues Talent im Camp ja und ja zieht es euch rein, meine lieben Freunde wie findet ihr das Talent von Hatar ja, lasst es mir wissen mit einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten oder Kommentar und ja das war es schon mit diesem Video, kurz und knackig Peace and out! Und wenn du mich vergleichen willst, spinnst du mein Drip ist am Touch, ich bewind zu Blät, sie folgt ihr Selfie, sorry bin bitch, es liegt mit irgendeiner Pelserinnung Netflix, Mama ist beruhigt, weil sie weiß, ich werd ein Star, paar Angebote hier, paar Angebote da, Baby Chef, wir bieten mir schon über 100k, Brot ich clean ab, ich mach mir selber meinen Vertrag Sorry, check Ich bin nicht abgehoben, Baby, doch mein Drip ist für mich zu fresh, seit 30.000 Abos schreibt ihr Ex, meines Feindes, bitte komm zu mir ins Bett Ich will Eis an meinem Hass hängen, haben auch im Winter Voll unter Stress, rote Augen wie ein Kiffer Und die Chick, die mich kotzt, riecht nach Yves on the Raw Ich refreße wie gemalt, mon Anlisa Elosie Elosie Ja, dasヤ Also zeige, ich labe, saibles 5- man Ja, ich labe, sa dois Entspann, co por